Das Wetter Spinne ist echt ein bisschen ätzend. Wenn wir haben schon genug Probleme, dann so was. Oh Gott! Ich hab gewusst, dass du Arsch aufstehst! Boah! Vor allem hab ich eine geballert, da ist nichts passiert, ne? Die Sau! Ich denke, der war noch fest. Ich hätte gerne... Danke! Weiß der Geier! Also, ich geh hier nochmal rein. Und äh... ja, keine Ahnung. Ich schau mich auf Kamera nochmal um und... Mal sehen, was uns das Ganze bringt. Und speichern nochmal und laden vielleicht nochmal wegen der Spinne. Woher Speicherplatz. Also, bis gleich! Oh... Was zum Teufel? Ja, ich wollte eigentlich nicht wieder anmoderieren, aber hier passieren Dinge. Ich will eigentlich in den Schacht da rein, aber jetzt sind es schon drei von diesen Kackspinnen hier und wahrscheinlich kommt jetzt die nächste. Ich bin so gut wie tot. Alter. Ich bin tot. Cool. Wir waren vorher noch nicht tot, oder? Achso, wir kommen aus so einer Pfütze wieder raus. Cool. Hi. Was? The dark puddles are challenging. Verstehe. Ja. Ich ähm. Oh, da ist, ähm. Oh, da ist, ähm. I know. Moment. Ja, schau mal. Ein Projektor. Okay. Äh. 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 Das ist dann, ähm. Das da. Das da. Das da. Cool. Cool. Ich habe übrigens mein Soundboard gefixt. Ist vielleicht aufgefallen. Ach. Das ist doch nicht wahr. Ja, cool. Achso, da waren die drei schon. Da ist ein Projektor, was uns die Lösung zeigt. Ja, geil. Yay. Ach, leck mich am Schnitzel. Wie geht's. Ihr seid schuld. Ihr. Alle seid schuld. So. So. Come say hello. Was das denn sein muss. Das steht da auch ab, oder? Oh. Oh. Good things always come in threes, they say. Bendy, Alice, and Boris. It just works. So when I showed my coworkers my design for a new fourth member of the Butcher Gang, you could almost hear the disgust at the lunch table. A ghost girl, they said. No one's gonna get it. They just laughed at my drawings. Crumpled them up like trash. But I'll get Mr. Drew on my side. He'll understand. He's got to. Carly will join the Butcher Gang. And she'll be beloved. Bye. One way or another. I'll bring Carly to life. Die, die, die vierte. Mhm. Was ist hier drinne? Gute Idee? Wahrscheinlich nicht. What? Wo, wo, wo sie sind? Ähm. Okay. Oh. War weg. Ja nice. Wir haben uns noch ein Übel rausgelassen. Wird ja mal geiler. Moment. Wie ist das? Aha. Okay. Security Lock. Kann ich sagen. Das sieht doch aus wie. Ah. Okay. Da kommen wir her. Alles klar. Ah. Mutz. Ah. Mutz. Alter. Hier ist zu. Aha. Alter. Okay, das Spiel macht jetzt ernst oder was? Die ganze Zeit so... Alter, jetzt ist es immer gut. Jetzt ist es aber wirklich mal gut. Kann ich, kann ich äh... Ich... Äh... Lass mich mal da ganz kurz sagen. Wie gesagt, das Spiel macht ernst. Die ganze Zeit so ein bisschen... Oh ja, Ruhe und... Und überhaupt. Und auf einmal... Bam, bam, bam! Oh... Klaus-Günther auch noch oder was? Der End-Demon... Und ich mich da... Ja, cool. Ähm... Ich würde ja schon gerne wissen, was passiert, wenn er uns mal... Da... Irgendwo... Aber das passiert wahrscheinlich noch früh genug. Nee, da geht's nicht rein. Okay... Und... 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 Ja, ich meine Das ist eine Möglichkeit Und es ist sehr Wie sagt man so schön Convenient Komm aufs deutsche Wort nicht Schöner Zufall, dass das gerade auf der Höhe aufhört Das wollte ich sagen Ja, nun Ich gehe mal davon aus Ein zurück ist nicht drin Ist die Frage Brauchen wir das? Wahrscheinlich eh nicht Wir wollen ja raus hier aus der Geschichte Und nach oben Okay Ich bin zwar nicht der Meinung Dass die Maschine weiter bestehen muss Aber Oh Hello Are you looking for the way out? The way out would be nice Are you Stuck in there? Oh, well Yes And I'm afraid that means Well You're stuck too Can't you move? Not an inch Perhaps you could get me Unstuck Wenn ich dem versuche zu helfen Dann ähm Sind wir doch am Arsch, oder? Wieso sollte ich dem jetzt trauen? Ganz im Ernst Helfen Geht auch Folge dem verlorenen Schacht hinunter Ja, nun Wir haben ja eh keine andere Wahl Ja, nun Wir haben ja Vielen Dank für deine Hilfe Der Name ist Porter By the way Und Who might you be? Audrey? Audrey? Audrey 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 Nope Nicht like Es geht nicht zu dir Ich werde dich Bobby Huh? Und Ich habe gesagt, danke für deine Hilfe In der Hilfe Hier ist ein kleines Wett etwas, was ich gelernt habe Mhm Da sind wir Es ist Es ist vergewaltig Jetzt Du kannst du wie ich Wie ich Huhu 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 Wir haben alle einen Schuss hier. Teleportieren. Lass dich von der dunklen Lache tragen. Setze deine Fähigkeit ein. Teleportieren, um eine schnell und unbemerkt Kurzdistanz zu überbrücken. Das hilft außerdem, an schwer zu erreichten Orte zu gelangen. Ja, ja. Ähm. Aha. Echter Mausklick. Okay. Und es hat einen cooldown. Son. Power belongs to him. Naja. Power kann er gerne behalten, solange ich ihn nach Hause darf. Schon wieder ein Gully Schacht. Also Ventilationsschacht. Langsam komme ich mir vor wie Spiderman hier. Was zu Vorteilen. Sehr schön. Wenn ich nicht besser wüsste, waren wir hier schon mal. Oh ja, hier waren wir wirklich schon mal. Hier kommen wir her. Das ist die Schlucht von der anderen Seite. Ich erinnere. Hier, genau. Hier waren wir schon mal. Hm. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, eine Karte täte in dem Spiel. Das ist nicht gut, aber... Hier bin ich. Ja. Das ist ähm... Wenn wir wieder hier. Nu. Ja. Bringt uns jetzt was. Obwohl, wir müssten doch jetzt... Ich glaub von hier kamen wir, ne? Ähm... Könnte bedeuten, dass wir jetzt an bestimmte Orte hinkommen. Logischerweise mit der neuen Fähigkeit, die wir vorher noch nicht erreicht haben. Logischerweise. Das habe ich nicht. Vor allem, der heißt Porter. Ähm... Er du wieder. Employee Lockers. Oh Gott! Alter! Geh weg. Hau ab, Mann. Ich dachte, das ist was zum Aufmachen, zum Gucken, was drin ist, ey. Was war die Batterien?